Herzlich Willkommen zu diesem Sell-Off-Stream, wuhu! Wir haben es alle, habe ich gerade gespuckt? Ich glaube schon. Wir haben es alle heute nicht abwarten können, es geht mal wieder los, Jungs. Ihr kennt es, Leute können donaten, das Format ist aus Amerika geklaut, so wie mein kompletter Channel. Und Leute können donaten und pro Euro kriegen sie die 3 Sekunden Videozeit. Let's fucking go. Bro, Alter, das 4 auf der rechten Seite, Freunde, das hatten wir bei uns in Kroatien in unserer, in unserem Airbnb drin. Digga, Alter, das war so riesig, ich schwöre. In the, in the bini, in the bininging, ja, in the, in, in, in the bininging, yeah, in, in, in the bininging, in the bininging. Was gucke ich hier gerade? What the fuck, wie lange war dieser Link? Oh shit! Ich bin Bruno, den ich finde, Kameroman. Alle Bruno, Junge. Bruno ist mein Spirit-Animal. Oh mein Gott, Bruder. Ich schwirre. Oh, Bruder. 60 Euro Roller habe ich in Sticks. Komm in die Gruppe. Fuckin' Inscope, Alter. Reizgasanlage mit ihrem eigenen Bewegungsmelder eine Bewegung erkennt erst da wird Gas beigesetzt. Und vertreibt natürlich. Ich weiß, was kommt. Jetzt kann ich hier auch einen Alarm simulieren und sie werden hören, wie die akustische Warnung klingt. Der Osten wieder. Lassen Sie sofort den gesicherten Bereich, sonst wird Gas freigesetzt. Ich bin tot. 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 Wie viel hast du für diesen Taco? Du kennst das. Ich bin tot. Klassiker. Was ist das? Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Beredner. Ganz faucet. Beredner ist fertig. Ganz bew Wirklichkeit. Der konnte auch etwas weiter aus livesieren. Davon hat der Klass strativiert. Tja, wir hatten den Hawai coordnern. Ich hab nicht meine Brille auf gerade! Jungs, seht ihr hier irgendwo eine fucking Brille, ihr Idiot? Ich nicht. Oh, Bruder, ich liebe dich, ich wär das eingesendet. Speckrad, Bro. Dude, Speckrad hat immer gute Sachen, wirklich. Speckrad hat echt gute Sachen immer. Oh, du bist nice. Oh, Digga, uns, oh, oh. Oh, Speckrad, oh, bis uns wär das fein. Oh, er hat's extra so gemacht, ich weiß es ganz genau. Oh, ich weiß ganz genau, dass er's mit Absicht so gemacht hat. Oh, du 31er, oh, das ist unsatisfheilig, Alter. Oh, Speckrad, du bist der fucking Teufel. Nice, Digga. Also, bevor wir dieser Jacke, mega dieses hintere Nike ausfeiert. Mega entspannt, tatsächlich. Aber ich feier das, wenn die Menschen halt, denn... I met my sister at a mill. And I fucked her against her will. Juh, das ist echt... Juh, 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 Juh! Wer ist der größte Weedsmoker among the three of you? We don't smoke weed. Bro, das habe ich ja noch nie gesehen. Okay, Leute, eins nach sieben, high und hungrig, war schon, jetzt kommt Schnapp, das motherfucking Krokodil, ah, baby. Oh, Gott, ey. Schwarmfamilie, ihr habt's geschafft. Ich liebe Schwäne. Arschloch-Kapitän. Hey, Schwarmfamilie, ihr habt's geschafft, kommt her. Ihr habt euch ne Belohnung verdient. Oh, nee, Alter. Oh, dann nicken erst da hinten wieder, Junge. Ah, ich liebe es. What? Holy shit. Holy fuck. Hey, ich liebe Monster AG, no joke. Ich liebe es. Dude. Oh, dude. Oh. Oh, shit. Oh, shit, dude. Ey, so geil. Ich war ja das. Sneaker von Jordan. Sneaker von Nike. Bitch, ich bin Hy-Vee. Ich war ja das. Ich war ja das. O. Oh. Oh, shit. Ich war ja das. Jürgen, so nice! Kommerade Elmo Wie dumm, Alter! Das sieht man, das ist einfach so dumm, Alter, ich schwöre! Bisschen schwierig! Was, wenn du, willst du gehen, aber Gott sagt, Du essen alle meine Beine, n***a! Ach nee! Oh shit! Ich bin's Patrick und ich bin auch dabei! Und ich bin auch dabei! Und wenn ich ganz ehrlich bin, Jasmin war auch dabei! Was haben Sie denn da unten in Ihrem Stutzen drin? Zigaretten! Jetzt erstmal eine durchziehen? Na ja! Warum haben Sie es dann mit auf dem Schiff? Ich bin schnell eingewechselt worden! Habe ich noch dabei gehabt! Okay, danke schön! Bitte! Ich sag mal, kontrovers! Was, kontrovers! Please rise for our national anthem! Open up safe, bitches! Just gotta not safe! Das ist so ein Fliegenpack! Oder was, so ein Fliegenpack, Alter! Oh mein Gott! Bro, hä, das kann ich noch gar nicht. Du hast doch gerade gesehen, dass du auf den Boden gerotzt hast! Ey, du Schlampe, zeig mal deine Titten! Hahaha Boah herrlich Rekuta Wie bekommt man denn eine Schildkröte vom Baum runter? Fällen Sie einfach den Baum Mia Nein Mia Nein Mia Muir Neid Naein Naein Ha 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 ha! Shhhh What are you doing? I'm making holy water How is that making holy water? I'm boiling the hell out of it Hahaha Guys, this is what dying feels like Wut boop Gonna catch me rot in der Pfft! Das ist ein Päckerhitte, Alter! Oh, fuck! Aua! Oh, bruder! Holy fuck, Alter! Bro... Wow, das war mega nice. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat und abonniert meinen Channel und aktiviert die Glocke Smile. Wir sehen uns beim nächsten Video. Das war ein ganz spontanes Outro. Tschüss.